Wir haben hier die neue KSB6R, neue Generation der Maschine. Wir haben eine Stationsleistung von 2300 Flaschen pro Station. Wir können produzieren 0,1 bis 3 Liter Flaschen auf dieser Maschine, haben eine Servoreckung in dieser Maschine und ist natürlich auch eine energieoptimierte Maschine, was die Heizleistung und auch den Luftverbrauch betrifft.